So, let's go! Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen bei unserem Pelzer Stammtisch. Herzlich willkommen heute mit der Jessie und Nina. Wir starten jetzt einfach Freestyle, unsere Ausgabe. So klassisch, wie man sich das vorstellt. Man trifft sich in der Kneipe am Stammtisch und trinkt ein Bier zusammen. In unserem Fall Wässerche oder Kaffee meistens. Ja, wir haben uns gedacht, wir erzählen heute einfach ein Motto drüber, wie wir uns kennengelernt haben, weil die meisten, die uns kennen, die kennen uns eigentlich nur im Dreiergespann, also die, die uns schon lange kennen. Da fehlt jetzt noch die Jo, aber die Jo, die muss ihr Kind ins Bett bringen. Deswegen kann die jetzt heute nicht dabei sein, beziehungsweise es ist schon im Bett und die Jo wird wahrscheinlich auch schon schlafen. Ja, wir haben gedacht, weil wir zu zweit sind, nutzen wir immer die Gunst der Stunde, das zu erzählen, die die uns gar nicht kennen. Für die ist es vielleicht dann sowieso super interessant, wie wir uns kennengelernt haben. Gell, Urschel? Ja, wieso heißt die überhaupt Urschel? Wieso heißt du eigentlich Urschel? Von meinem Mann. Aber wie kam der auf Urschel? Ich habe keine Ahnung, was er wieder für ein Wort erfunden hat mit dem Urschel. Okay, wir wissen es nicht. Nee, leider nicht. Ja, also ich fange mal an, an was ich mich so erinnern kann und zwar, ich bin in einer Familie groß geworden, wo das Thema, also beziehungsweise für meine Großeltern war das Thema Sport immer sehr, sehr wichtig, obwohl ich das absolute Faultier bin und meine Mutter genau das Gegenteil. Mein Vater, der ist schon ein bisschen sportlich, aber hat jetzt auch nicht so viel Sport getrieben wie meine Großeltern. Also meine Oma ist tatsächlich, ich glaube, mit 80 noch, hat die noch ihr Sportabzeichen gemacht, wirklich. Die war montags schwimmen, dienstags auf dem Gleisdreieck, ihre 1000 Meter, ach nee, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die hat zehn Bahnen im Stadion, ist die gerannt. Die war im Walking, im Tournen, weiß ja, guck mal in welchem Verein, in jedem Verein, in dem sie war, wirklich Ehrenmitglied, weil sie so viele Jahre mit dabei war. Und ich bin im Prinzip genau das Gegenteil, aber nichtsdestotrotz, für meine Oma war das extrem wichtig, dass ich einen Sport betreibe. Und da zu unserer Zeit, wo wir klein waren, Anna, die Ballerina, glaube ich, ich glaube, es lag immer Anna, oder? Die Ballettbomblerin, ja. Weil die so beliebt war, habe ich dann gesagt, ich will ins Ballett. Und gesagt, getan. Also bin ich ins Ballett und dort bin ich dann auf die Jessie getroffen. Und das ist sage und schreibe schon, ich weiß nicht, wir waren fünf, oder? Das war vor der Schule noch. Also tatsächlich waren wir da zu dritt, die Jo, die Jessie und ich zusammen im Ballett. Also wie gesagt, das ist jetzt dann, wie viele Jahre her? 36 bald? 36, ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Das war so die erste Begegnung von uns. Oder Jessie, wir erinnerst du dich? Ja. Im Ballett, ne? Ja, im Ballett. Bei der Frau Fritsch. Also viel erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß, dass es einen gemeinsamen Ballettauftritt gibt, bei dem wir Schmetterlinge sind. Also wir haben blaue Schmetterlingsflügel an. Und das Einzige, an was ich mich tatsächlich erinnere, dass die Chelsea die Größte in dem Ballettkurs war, mit ihrer Locke immer auf der Falle ist. Und die Jo hatte Ballettschläppchen mit Bändern dran, so wie bei Spitzenschuhen. Oh Gott, ja. Und die saß eigentlich mehr auf dem Boden und war sich am Schuhe binden, wie das die überhaupt mitgemacht hat oder die immer Ärger für gekriegt. Also das ist eigentlich so das Einzige, wo ich mich noch dran erinnere. Und ich war wirklich ein super, super schüchternes Kind. Also im Prinzip genau das Gegenteil von heute. Und das Lustige ist, die Jessie war auch genau das Gegenteil von heute. Die war nämlich total extrovertierte Kind. Also die war total aufgedreht, draufgängerisch und keine Ahnung. Weil die Story, wie wir dann überhaupt von einem gemeinsamen Ballettkurs irgendwie eine Freundschaft entwickelt haben, ist, dass die Jessie, nämlich, also Jessie und ich kamen erst mal in dieselbe Grundschulklasse. Jo's Wege und unsere Wege trennten sich erst mal, weil die Jo war in einer anderen, ich sag mal so, wir waren auf dem Dorf in der Grundschule und die Jo in der nächstgelegenen Stadt. Und da waren wir halt, also Jessie und ich eben vier Jahre zusammen auf der Schule und auf die Jo sind wir dann erst wieder in der Hauptschule getroffen. Aber ich war ein super schüchternes Kind, ich wollte eigentlich mit Kindern gar nichts zu tun haben. Ich hab mich immer gefühlt wie ein Erwachsener unter den Kindern, muss ich wirklich sagen. Ich hatte eine Freundin, das war die Aggie, die habt ihr auch schon hier kennengelernt. Die hab ich mit drei Jahren kennengelernt, als die bei uns ins Haus gezogen ist, bei meiner Mutter. Und die Jessie war nämlich so ein aufträgliches Kind, die hat nämlich zu mir gesagt, Jenny, heute noch Ballett, komm ich mit zu dir und dann spielen wir zusammen Barbie. Und ich war so ein Kind, wo sich gar nicht getraut hat zu sagen, nein, ich hab da nur aha, okay, so. Gesagt, getan. Jessie kam mit zu mir und man muss wissen, wir haben halt ein ganz normales Haus, also ich sag mal Einfamilienhaus mit mehreren Stockwerken und mein Zimmer war im zweiten Stock bei meiner Oma. Ich hab aber immer im Wohnzimmer gespielt, weil ich dann alleine auf dem zweiten Stock sein wollte. Die Jessie kam und hat gesagt, Jenny, wir spielen jetzt in deinem Zimmer. Ah, okay, gut. Dann sind wir hoch. Ich erinnere mich noch an diesen grünen Teppich, den ich da in dem Zimmer, kann ich dich auch noch erinnern? Ja, ah jo. Und ich hatte eine Holzkiste und die war voll mit Barbie-Kleidern. Und die Jessie hat diese Kiste ausgekippt und da lag ein Haufen Barbie-Kleider, da hat die alles raussortiert, was noch ganz war. Und alles, was Löcher hatte und immer schön war, hat sie mir hingeschoben und hat gesagt, das ist meins, alles was ganz war und das ist deins. Und ich als Kind hab nur gedacht, Alter, wann geht die Frau wieder heim? Wann geht die wieder nach Hause? Und ich glaub, dein Vater hat dich dann abgeholt, ne? Ja, ja. Das ist so meine erste Erinnerung an die Jessie. Und in der Grundschule kann ich mich daran erinnern, dass die Ach immer sehr draufgängerisch im Pausehof war. Also eigentlich war sie immer so mit den coolen Mädels unterwegs. Hat dann immer so das Kommando, also hat sich auch geprügelt mit den coolen Mädels und generell hat sich geprügelt auf dem Pausehof. Hat dann immer so bestimmen wolle, wie das Gummi-Twist jetzt gespielt wird und wie, wo, wann und Hickelkästchen und sonst was. Und ich war eigentlich eher so der Außenseiter, würde ich sagen. Also der Außenseiter würde ich auch nicht sagen, aber ich wollte da nicht mit dabei sein. Ich war eigentlich eher so für mich, hab mein Pausenbrot gegessen und so. Ja, wollte da irgendwie nicht so involviert. Das sind so meine Erinnerungen. Aber du kannst mal erzählen, wie du dich erinnerst an die Grundschule. An die Grundschule erinnere ich mich auch. Also an dich hab ich eigentlich so gar nicht mal so beachtet. Also bin mal wahrgenommen auf dem Pausehof und auch eher so, ja, mit der, mit so, mit der, mit dem ich als Gefahr geworden bin, als morgens zur Schule, mit zwei anderen noch, ja, mit denen hab ich eigentlich einmal gespielt. Und dann so, ja, dich hatte ich auch so außer Acht irgendwie gelassen. Gar nicht mal wahrgenommen in der Pause, auch im Unterricht gar nicht mal wahrgenommen. Ich war so mit zwei anderen noch, die ich als, wie gesagt, mitgenommen worden bin, zum Fahren in der Grundschule. Mit denen hab ich dann eher was gemacht, immer. Ja, also ich erinnere mich an dich als lautes Kind. Und wie gesagt, hab ich Amo geprügelt. Und ja, es war, ich glaube, es ist auch so typisch Jessie, dass eigentlich sie unauffällig, also als Kind war sie sehr auffällig, als Erwachsener oder angehender Erwachsener unauffällig, aber trotzdem immer irgendwelche aufwelligen Aktionen passiert sind. Weil, an was ich mich in der Grundschule erinnere, ist, dass wir ein altes Schulgebäude hatten und da gab es eine Treppe. Und natürlich war das für alle Kinder interessant, diese Treppe runter zu rutschen auf dem Geländer, anstatt zu laufen, weil es war halt so ein typisch altes Schulgebäude, mit so einer breiten Treppe, mit so einem Holzgeländer. Und ich erinnere mich daran, dass die Jessie diese Treppe runterrutschen wollte, hat aber übers Geländer geschwungen, ist auf dem Schrank aufgedotzt und dann auf dem Boden gelandet. Und in meiner Kindheitserinnerung ist es furchtbar hoch, dieses Schulgebäude. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich war da jetzt nicht mehr drin. Also eigentlich hat es nur ein Stockwerk, aber es ist, wie gesagt, halt ein altes Gebäude. Und es ist eh ein Wunder. Hast du dir was gemacht eigentlich? Also gefühlt waren es eh vier Stockwerke und ich bin auf den Kassen, Schaukassen geflogen und wollte aber nicht so rumpienseln, habe einfach nur laut gekriegt und so, damit die ganze Lehrer aus dem Klassenzimmer kamen, sogar die Rektorin kam aus dem Zimmer und ist dann alle auf mich zugerennt und dann habe ich mich eigentlich nur noch drehen, in der Nähe gebrochen, hatte ich mir nichts, ich hatte nur eine Prellung. Gott sei Dank. Alter. Also meine Hand war nur geprellt, ja. Das war Aktionssache, Stier. Also da erinnere ich mich noch dran und dann erinnere ich mich dran, dass wir, ich weiß nicht, ob man das heute auch noch machen muss, aber wir mussten einen Fahrradführerschein machen, wo wir dann irgendwie auf dem Tourenplatz gelernt haben, rechts vor links und wie tut man quasi den Armheben zum Blinken und was weiß ich. Und da weiß ich, dass du auch einen Saldo gedreht hast und bist schwer. Aber du bist echt verletzt, oder? Du bist gestürzt und hast schon so Schürfwunde oder was. Ja, ich hatte in der Kurve, weil ich halt zu schnell war, wollte ich halt Bremse, Bremse und Schotterplatz oder so. Kleine Steichen ist halt nicht gut und da habe ich viel gelatzt, ja. Da hatte ich große Wunde am Oberschenkel und ganz viele Schürfwunde, ja. Ja, also krass. Die war echt tief, die Wunde. Also meine Oma hat immer gedacht, wenn sie mich in die Schule gebracht hat. Also ich war halt wirklich als Kind ein sehr, sehr ruhiges Kind, wo wie gesagt, ach im Kindergarten, ich konnte mich da gar nicht etablieren. Also ich habe da mit zwei Leuten abgehangen. Also ja, mit der Aggie natürlich, ach, die hat ja bei uns im Haus gewohnt. Aber selbst die Aggie war halt ein lebhafteres Kind wie ich. Und mir war das dann halt auch zum Teil zu lebhaft. Also ich erinnere mich, im Kindergarten habe ich mit zwei Personen gespielt, aber sonst eigentlich mehr für mich alleine. Meine Oma hat sich immer furchtbar Sorge gemacht, warum ich immer so alleine bin und immer so ruhig und keine Ahnung. Und die hat mal erzählt, sie hat mich dann einmal, wo ich krank war, zur Schule gebracht. Und dann wären aber alle gerannt gekommen und hätten sich so quasi gefreut, dass ich wieder da bin und überhaupt. Und da hätte ich erst einmal gedacht, ach Gott, Gott sei Dank, das Kind hat ja doch so Freunde. Also ich erinnere mich immer daran, dass ich ein sehr ruhiges, introvertiertes Kind war, aber nichtsdestotrotz irgendwie schon immer beliebt war. Also die Leute hatten es immer gern mit mir zu tun. Ich kann aber gar nicht sagen, an was das Gelege hat, weil wie gesagt, ich war nicht der Mega-Storyteller. Ich war eigentlich voll ruhig, ich weiß auch nicht, woran das Gelege hat. Ich kann es nicht erklären. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich kann es auch nicht erklären. Weil ich da ja auch, da ja, da ja, da ja, da ja, da ja. Ja, für mich war das auch egal, ob sie jetzt hat, wenn sie jetzt rosa gehockt gehabt hätte oder keine Ahnung, wie ihr aussehe, war mir völlig egal. Ja, irgendwas hat mich angezogen. Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen, was es war. Ich weiß auch nicht. Also generell ist es, glaube ich, bei den Leuten so gewesen. Vielleicht war es auch gerade die ruhige Art, weil ich halt nicht so laut war und nicht so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich schon, dass zu den Geburtstagen, die ich hatte, waren schon immer mehr Kinder da. Ja, also fast alle Mädchen oder so, die ich da eingeladen hatte, also von, also je älter wir wurden, desto mehr Kinder waren auch eingeladen auf dem Geburtstag, weil bei uns war das noch so, ja, so alt wie man wurde, so viele Kinder durfte man eingeladen, gell, so ungefähr. Und, ähm, ja, also letzten Endes hat sich das dann auch geändert und dann sind ein paar halt aufs Gymnasium, wie es halt so ist, ein paar auf der Realschule, ein paar auf die Hauptschule und wir sind halt auf die Hauptschule. Ich glaube, es waren gar nicht so viele, gell, aus unserer Klasse. Ich glaube, die Katja. Ja. Die Baha, oder nicht? War die bei uns in der Grundschule? Nee, aber, ach nee, geile, Grundschule, stimmt. Ich glaube, nur die Katja, oder? Und die Jo. Aber die Jo war nicht bei uns auf der Grundschule, ne? Ich weiß nicht. Aber es war dann auch jemand. Ja, auf jeden Fall war es halt auch so, ich war ein sehr verspieltes Kind, mich hat die Schule wenig interessiert, ich war jemand, der sich halt oft gemeldet hat, weil ich halt so ruhig war und deswegen hat man angeraten, dass ich halt auf die Hauptschule gehen soll, was jetzt aber auch kein Verlust in dem Moment war, heutzutage wahrscheinlich schon, weil ich war halt auf der Hauptschule, aber dafür auf der Hauptschule einer der Besten, konnte dort meine zehnte Klasse machen und hat echt wirklich Einser und Zweier, kann man sagen, ohne viel Aufwand zu betreiben und es war halt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, in der Hauptschule sind wir dann wieder auf die Jo getroffen und ich glaube, am Anfang, ah doch, die Simone war auch noch bei uns mit auf der Hauptschule. Ach ja, stimmt. Ja. So, ich glaube, so die, ich weiß nicht, ab wann waren wir mit der Jo befreundet? So siebte Klasse, ne? Die fünfte noch nicht. Ich glaube nicht. Nicht? Was nicht? Ne, fünfte glaube ich. Also Verstander haben wir uns immer gut, aber die Jo muss man sich halt vorstellen, typisch Italienerin, laut, immer viel am Gackern, immer vorlaut, immer mit vorne dabei, ich nach wie vor so ein ruhiges Kind, ich hatte so ein Lederranzen gekriegt für die Hauptschule und ja, halt irgendwie noch mit Barbie gespielt, bis ich 13 war, also wirklich bis zur sechsten Klasse noch Barbie gespielt, also in der siebte irgendwie aufgehört dann. Ähm, so waren halt wir, ne, Jess, also waren halt noch verspielt und einfach noch nicht so reif und noch nicht so weit, ich meine, die Jo war jetzt auch nicht hier mega weit, aber ich glaube nicht, dass sie noch Barbie gespielt hat, äh, zu der Zeit. Und ich weiß aber auch gar nicht mal, wie wir uns genau angefreundet haben, so näher, das kann ich jetzt auch nicht mal so genau sagen. Also ich glaube, es war so sechste oder siebte Klasse. Oder? Ja. Also keine Ahnung wie, aber irgendwie haben wir uns dann angefreundet und seit dem Zeitpunkt bis zum heutigen Tag sind wir eigentlich immer zu dritt unterwegs, kann man sagen. Also ich meine, heutzutage sind wir nicht mehr viel unterwegs, aber wer uns kennt, weiß halt immer zu dritt. Und irgendwie hat sich dann aber auch so in der Hauptschule das Blatt gewandt. Also irgendwie, ich bin dann so total extrem geworden, also von diesem introvertierten, ruhigen Mäuslein, irgendwann mit 13 so in die Punk-Szene, also wirklich dann grüne Haar, bunte Haar, ähm, also so, ja, so Punkermäßig, also wirklich auffallen wollen irgendwo auch. Und das waren bei uns in der Schule nicht viele Leute, die so unterwegs waren. Die meisten waren, ja, wie hat man das damals genannt? So Popper. Ja, so Popper, ja. Ahnung, also halt so, die haben dann halt so ihr Dancefloor gehört und weiß ich nicht, halt so Hip-Hop-Hep, keine Ahnung. Wir hatten auch einige aus der rechten Szene, ne, Hauptschule, klar, waren schon einige und wir waren halt so die Punks, also ganz weh, also ich war halt am auffälligsten und das halt ab 14, so kann man sagen, ne, war es so. Und ja, seitdem waren wir dann halt so gemeinsam in der Punk-Szene unterwegs, das klingt so dramatisch und das klingt so nach, keine Ahnung, Antifarm, weiß der Kuckuck, so war es gar nicht. Ne, sowas war das nicht. Es war bei uns einfach nur noch viel extremer mit der Klassifizierung, würde ich sagen, also wie es heute ist, also bei uns ging früher alles, also Handy gab es noch nicht, bei uns ging eigentlich eher alles um Klamotten und in welche Sparte gehörst du? Das andere waren die Hip-Hopper, das andere waren die Trancer, das andere waren die Technoloid, das andere waren die Punks und dann gab es noch die Skins und was gab es noch? Die Nerds? Gab es die auch schon? Ja, schon. Doch. Ja, stimmt. Ja, also so war das eher so klassifiziert und die Frage war halt immer, wo gehört man quasi dazu und wir waren dann erstmal so von 13, würde ich sagen, bis 15 ungefähr in der Punk-Szene unterwegs, was aber einfach nur hieß, wir sind in eine Kneipe gegangen, wo halt eher Leute mit bunten Haaren hingegangen sind, haben dort unser Bier getrunken, das erste Bier so mit 14, hat nicht geschmeckt, aber egal, war halt cool und da gab es halt so kleinere lokale Punk-Bands, die haben dann dort Live-Musik gemacht und da haben wir halt unseren ersten Pogo getanzt und damals gab es halt viele solche Veranstaltungen, also in Frankendal eine Zuckerfabrik oder dann halt hier in Grünstadt, wie gesagt, in der Kneipe, Profille hieß die oder auch in der umliegenden Turnhalle hier auf dem Land oder auch in der Stadthalle in Grünstadt gab es ja verschiedene solche Punk-Rock-Konzerte, also ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich nehme das gar nicht mehr wahr, dass es sowas gibt, also zu unserer Zeit war das halt so groß und wir sind dann halt dahin und dann hat man sich natürlich in der Szene auch gekannt, dann waren natürlich auch von anderen Schule Leute und uns hat es halt gut gefallen, dann ist man auch gemeinsam auf Demos gegangen, wobei, ja, also, warst du doch mit? Jo, ich muss meine Mutter wieder überreden. Ja, also erste Mai-Demo in Mannheim, ne, ist auch sehr gewagt mit 14, fahrbar war noch Mannheim auf die erste Mai-Demo, egal, ne, und ja, da waren wir halt so. Im Zug, alle. Ja, also heute könnte man das, glaube ich, nicht überhaupt gar nicht mehr machen, ne, aber ja, damals war es halt so und es war halt, ja, ich sag mal so, die Frage ist natürlich, also Agi und ich haben uns schon die Frage gestellt, wie wir da reingerutscht sind, also das Ding ist, ich habe eine Großcousine, die ist ein Jahr älter wie ich und die ist durch ihre Geschwister, weil die Geschwister waren so ein bisschen befreundet mit denen, die diese Punk-Band hatten und dadurch kamen die halt in diese Kneipen auch und ich war dann halt auch mal mit und irgendwie ist das, glaube ich, so entstanden. Aber ich glaube, der wahre Grund, warum es so war, war einfach das, dass ich halt in einer Zeit groß wurde, wo noch nicht so wirklich viele, sag ich mal, Ausländer hier in der Ortschaft waren und schon gar nicht Asiaten und ich mich, glaube ich, ich glaube ich war so ein ruhiges Kind, weil ich als Kind gar nicht gemerkt habe, dass ich anders bin, aber die anderen mich komisch angeguckt haben und ich gemerkt habe, ich bin anders wie andere, weil andere mich so komisch angucken und mich Ausländer, Mädchen, keine Ahnung was nennen, ja. Und ich glaube, einfach mit 13 und 14 kam so mein, das waren so meine rebellischen Jahre, wo ich gesagt habe, ihr könnt mich alle mal, dann hänselt ihr mich halt mit Ching Chang Chong und dann bin ich eben anders und wenn ihr meint, ich bin anders, dann bin ich jetzt halt richtig anders und deswegen bin ich, glaube ich, rein optisch gesehen so eskaliert, weil ich einfach nicht mehr Angst haben wollte, weil meine Mutter, müsst ihr euch vorstellen, die hat, es war natürlich auch die Jahre vom Mauerfall und da wurde dieser ganze Rechtsextremismus halt in den Medien krass gefeiert, also was heißt gefeiert, also man hat halt gesehen, da waren Skinheads auf der Straße, die haben Asylantenheime angesteckt, da waren Riesendemos, also es war ein Riesenaufruhr in dem Land, gefühlt, also zumindest mal haben die Medien das so vermittelt, ob es dann wirklich so war, ist auch noch so eine Sache, aber meine Mutter hatte einfach Angst, weil sie gesagt hat, du bist, du siehst, weil ich habe es gar nicht verstanden, ich habe gedacht, ich bin hier geboren, ich habe einen deutschen Pass, mein Vater ist deutsch, wieso bin ich Ausländer, ich habe das nicht verstanden, die Aggie als Prolin, nur weil sie halt europäisch aussieht, sagt meine Mutter, ist es halt weniger dramatisch, aber das als kleines Kind mit acht oder neun Jahren zu bereisen, ist halt echt schwer und es gab damals nicht diese Gruppierungen, sage ich mal, wie man es jetzt vielleicht kannte von Italienern oder Türken, dass die dann halt so zusammengeklüngelt haben, also da kannte sich ja gefühlt jeder und die haben zusammen in einem Haus geboren, meine Mutter und ich waren im Endeffekt alleine als Asiaten erstmal hier, ich meine klar, es gab noch ein paar Filipinos und so, aber wer Asiaten kennt, weiß, Asiaten sind ja ein ruhiges Volk, die sich anpassen und nicht so aufmupfen und gar nichts machen und meine Mutter hatte keine asiatischen Freunde am Anfang hier, gab es einfach nicht so und dementsprechend hatte sie halt immer Angst und ich durfte dann halt auch manchmal nicht raus und nicht weg, weil einfach meine Mutter Angst hatte, ich werde von so einem Skinhead verprügelt oder so, ne, also meine Mutter hatte wirklich viel, viel Angst und ich glaube mit 13 und 14 wollte ich die Ketten einfach sprengen von dieser Angst und sagen, ist mir scheißegal, dann verprügelt mich, macht was ihr wollt, aber ich bin hier und ich habe ein Recht hier zu sein und ich habe einen Mund und ich bin definitiv dagegen, weil ich bin in dem Land, nachdem ich aussehe, wo ich herkomme, Ausländer und ich bin es hier auch, also ist es mir egal, dann, ja, ich trete für die Minderheiten ein, wahrscheinlich war es einfach das, denke ich mal. Und die Jessie, die war halt einfach dabei, ne? Ja. Die Jessie fand es dann irgendwie cool, Dreadlocks zu haben, da erinnere ich mich noch dran. Oh Gott, ja, ich wollte unbedingt Dreadlocks haben, aber es ging nicht, obwohl ich Naturlock habe, aber es ging gar nicht. Aber ich habe irgendwann letztens jemanden diese Story erzählt von der Dreadlocks, erzähl mir noch mal, wie war das, wo wir die Dreadlocks machen, wohl hat das geklappt gehabt eigentlich, ne, oder? Ne, wir haben sogar, wir haben mich mit Zuckerwasser sogar, mit Kernsiff gebadet, mein Hoher in so Wäschebittchen, so eine große Schüssel und dann haben wir meinen Kopf neigedunkt und mit Zuckerwasser und dann hat die Jenny versucht zu drehen und ich auch selber, aber irgendwie einen Dreadlock haben wir rausgekriegt, aber ansonsten nicht, wir haben das irgendwie keine Ahnung. Aber haben wir das eigentlich mit deiner Mutter abgeklärt, ob du das darfst? Ne, ich glaube nicht. Es ist ja nicht so, weil rauskommen, wenn du einer davon rauskommst, das weiß ich noch, wie heilt. Aber was war noch mal das, warum der Hoher dann auf einmal so kurz? Weil Jessie hat auch früher lange Haare, also in der Grundschule, aber seit dem Zeitpunkt nie wieder, ne? Ne. Aber wieso haben wir die, warum hast du die nochmal abgeschwistet, gar nicht mehr? War das wegen der Dreadlocks? Ne, weil die, weil die, ähm, äh, die Endfreundin dort, die wollt unbedingt haben, würde mit, äh, ausprobieren. Ich hab oft bei Jenny, also wir waren zu dritt, wir haben oben bei Jennys Zimmer in ihrem Zimmer gehockt gehabt und dann hab ich so angefangen, selber so mal Spitzes so zu schneiden, immer nur und dann hat die End gesagt, die, Alisa hat gemeint, dass ich müsste auch Emo probiere, mein Haar zu schneiden. Also die Spitzel auf Emo waren meine Haare da. Ne, oder? Doch, will ich das nicht mehr? Ne. Und meine Mama haben wir dann verzehrt gehabt, dass ich, äh, Kaugummi in den Haaren hatte. Und irgendwann sind wir dann zu meinem, zu dem Friseur gegangen, wo ich dann auch später meine Ausbildung gemacht hab und dann hab ich dort echt die Wahrheit gesagt. Und dann waren meine Haare kurz und das war kurz drei Monate vor der Konfirmation. Ich hab zu Hause richtig viel Ärger gekriegt, weil es, wie gesagt, drei Monate vor der Konfirmation war. Ja. Stimmt, das ist so kurzer Hoh. Also ich wurde übrigens mit grünem Haar konfirmiert. Ähm, das war auch lustig, weil, ja, meine Familie ist in dem Ort, aus dem ich komme, tatsächlich wirklich sehr bekannt, also auch alle waren Unternehmer. Meine Großeltern hatten Getränkehandel, Benzin und Heizöl und ganz früher mal die Waage, die Post, ähm, Tante-Emma-Laden. Aber zu meiner Zeit war es Getränkehandel, Benzin- und Heizölhandel. Und natürlich im Dorf kann man sich gar nichts leisten. Also schon in der Grundschule, vom Schulweg bis nach Hause, wenn ich mir da was geleistet hätte, hätte das meine Oma. Also die hätten das schon gewusst, bevor ich zu Hause gewesen wäre. Und die große Frage war die, wie werde ich in diesem Ort konfirmiert? Und ich war halt, glaube ich, schon immer ziemlich, also ich glaube, ich konnte schon immer, vielleicht auch, weil ich so ruhig war, konnte ich Menschen schon immer gut einschätzen und hatte da eine gute Sozialkompetenz, um zu wissen, wie ich mit wem reden muss. Und das Ding ist, mein Opa ist furchtbar autoritär gewesen und eigentlich hatten alle immer so ein bisschen Respekt und Angst vor mir. Also ich würde nicht sagen Angst, aber wirklich Respekt vor meinem Opa. Respekt, ja. Und keiner hat sich getraut, ihm irgendwie Widerworte zu geben oder was zu fragen oder zu sagen. Also keiner meine ich wirklich so alle im Umfeld. Also ob meine Mutter, Tanten, meine Oma. Also klar, um Gottes Willen, wir haben schon mit dem geredet. Aber es war immer so ein bisschen mit Vorsicht, sage ich mal. Und es ging eben darum, ich werde konfirmiert und wie werde ich konfirmiert? Und das Ding ist, ich hatte zum Teil halt wirklich bunte Haare. Also nicht nur eine Haarfarbe, sondern bunte Haare. Und die Frage war, wie werde ich konfirmiert? Und ich bin dann zu meinem Opa direkt. Also ich war direkt taktisch klug. Bin nicht zu meiner Oma, nicht zu meinem Vater, zu meiner Mutter. Oder ich bin direkt zu meinem Opa, zum Familienoberhaupt. Und habe halt gesagt, Opa, bei der Konfirmation, ich will mein Haar bunt lasse. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich machen, aber nur F-Farb. Und ich habe halt grün ausgesucht. Also wurde ich mit grünen Haaren konfirmiert. Und mit Dr. Martens. Also ich hatte schon einen Anzug, also einen Anzug, Jacke oder einen Rock an. Und hatte Strumpfhosen mit Margariten drauf. Ja, genau. Und eben Dr. Martens hatte ich zur Konfirmation an. Und es war natürlich dann so das Dorfgerede, dass, sage ich mal, mein Opa, sei Engelsche, mit grünem Haar konfirmiert wird. Aber es war mir egal. Und ihm auch. Er fand es sogar lustig, dass die Leute dann halt so gesprochen haben. Aber es war halt witzig, weil ich habe halt alle ausgemerzt. Also mein Vater, meine Mutter und meine Oma waren eigentlich dagegen. Die haben gedacht, okay, mein Opa sagt eh, ich soll mir die Haare schwarz färben und fertig. Aber da ich das Go von ihm hatte, konnte kein anderer mehr was sagen. Und das war halt dann schon richtig gut. Ja. Also wurde ich mit grünen Haaren konfirmiert. Weil ich träne vorne, ja. Ja. Gut. Also für damals war das schon krass. Heutzutage ist der Geier. Da gehen sie mit Unicorn-Farbe oder Kanung. Aber für damals war das halt schon eine krasse Nummer auf dem Dorf. Ja, auf jeden Fall. Berlin oder so. Nee. Ja, und dann waren wir so alle in der Punker-Szene unterwegs. Ziemlich schlank. Die Aggie ist da bis heute hängen geblieben, denke ich immer so ein bisschen. Also zumindest so ein bisschen in der alternativen Szene. Und dann war es so, dass wir, also das alte Schulsystem war so, es gab eine zehnte Klasse. Also aus allen neunten Klassen entstand eine 9V, also eine Vorbereitungsklasse für die zehnte Klasse. Und da gab es halt nur an die 30 Leute meistens, wenn überhaupt, die die zehnte Klasse gemacht hatten. Und ich war halt eine davon, die die zehnte Klasse gemacht hat. Die Jessie und die Jo, die haben die zehnte Klasse nett gemacht. Also schon gemacht, die mittlere Reife, aber auf der Berufsschule in zwei Jahren. Ja. Und ihr seid, glaube ich, wo seid ihr auf der Berufsschule? Wir waren in Frankenthal auf der Berufsschule, bis dann die Jo im zweiten Jahr dann gewechselt hat. Weil die eine Lehrerin hat sie auf dem Kicker gehabt. Die mochte sie irgendwie nicht. Und dann hat sie gesagt, gut, dann wechsle ich. Dann gehe ich nach Bad Dürkheim. Und ich habe aber in Frankenthal dann fertig gemacht. Und dort fing die Schule schon um halb acht an. Also mussten wir um halb sieben schon mit dem Zug fahren. Weil wir, wenn wir zehn nach sieben gefahren wären, nach Frankenthal wären wir jeden Tag zu spät gekommen. Und manchmal war es dann auch so lustig gewesen, weil die Jo dann manchmal auch verschlafen hatte oder ganz knapp war und der Zug schon getudelt hat und die Jo gerade angefahren worden ist. Und dann ist sie schnell in den Zug nahe gehechtet. Und dann, ja, gab es immer die leckeren Brote noch von ihrer Eltern noch. Aber habt ihr nicht irgendwie, Armo, die Ausfahrt verpasst und seid irgendwo sonst hier gefahren? Ach Gott, ja. Da hatten wir wieder R-Stunden. Wir hatten R-Stunden, zwei Stunden, ich glaube, zwei Stunden Freistunde. Wir wollten eigentlich nach Mannheim. Wir sind immer dann in den Zug hochgeblieben. Wir sind nach Mannheim dann weitergefahren. Nach Mannheim weitergefahren nach Hauptbahnhof. Da hat es immer so gut gerochen. Und ich glaube, Armo war mal total verkehrt. Wir mussten dann wieder zurück. Wir sind verkehrt ausgestiegen. Irgendwie so, ich glaube, in Schifffahrtsstadt oder so irgendwie. Aber seid ihr nicht manchmal auch, wenn ihr längere Pause hattet oder so, in Mannheim gefahren? Nee, nee, nee. Wir hatten dort immer bis nachmittags bis halb drei oder drei Schule, ja. Nee, wir sind dann immer erst morgens, also wenn eine Freistunde war oder zwei Stunden, dann sind wir erst morgens am Bahnhof. Sind dort durchgelaufen, haben uns Düfte, sind in uns nicht gekommen. Das war immer, haben wir tief eingeatmet und ausgeatmet. Das war immer ganz lustig, weil es immer so gut gerochen hat am Bahnhof. Aber das ist schon sehr lange hier. Und das zweite Jahr warst du dann allein. Ja, das zweite Jahr warst du dann allein. Und dann war die Jo in Dürkheim. Weiß ich gar nicht mehr. Doch. Mit wem waren die so befreundet, wo die in Dürkheim war? Mit der Asu. Ach so, war die auch in Dürkheim. Ich glaube, die Asu war auch in Bad Dürkheim, ja. Okay. Bei mir war Nicole. Das weiß ich noch. Und die Daniela, ja dann, ja. Also wir waren, also ich war dann... Da waren wir getrennt. Ach so, ja, was hieß getrennt? Also schulisch getrennt, aber wir waren immer noch... Ja, wir waren, also wir haben uns immer noch mittags getroffen. Also ich war halt ein Jahr in der 10. Klasse. Ich hab da jetzt... Ja, doch, stimmt. Ich hab da auch mit den Hihal und der Alma dann so Kontakt gehabt. Näher, genau. Und dann hab ich mich entschieden, nach der 10. Klasse quasi aufs Wirtschaftsgymnasium zu gehen. Und das war ja das Jahr, wo ihr noch... Also das zweite Jahr von euch quasi. Wo ihr die mittlere Reife gemacht habt. Hab dann aber, während ich das Abi gemacht hab, mir einen Nebenjob gesucht. Ich glaub, ich glaub, es war acht die Chowodra schuld war. Wir hatten so ein kleiner Trend in Fashionstore. Und die hat gesagt, ei, weil ich halt gesagt hab, ich brauch irgendwie einen Nebenjob. Weil Jessie und ich hatten Zeitung ausgetragen. Oh, mit 13 haben wir angefangen. Also ich weiß gar nicht. Das war echt krass. Wir haben hier in dem Ort, wo ich jetzt wohne, quasi Zeitung ausgetragen. Und... Aber nee, gar nicht. Wir haben angefangen, eine Sorte Zeitung auszutragen. Grünstadter Wocheblatt war... Nee. Sonntagsspiegelküche Wocheblatt. Ja, Sonntagsspiegel haben wir erst mal angefangen. Ähm, genau. Sonntagsspiegel haben wir erst mal angefangen auszutragen im Nord, ne? Grünstadt Nord-Eschmo. Und dann dieses Wochenblatt. Das war richtig scheiße. Sorry für den Ausdruck. Weil man musste erst mal die Werbung einsortieren. Also wir hatten... Wie viele Zeitungen waren das? Das war total viel. Über 100. Was? Mehr wie 100? 200, glaub ich. Mehr? Mehr? Ach, 4, 5, 600 vielleicht. Also auf jeden Fall, wir mussten uns erst mal treffen, um diese Werbung da reinzusortieren. Und dann haben wir uns die Zeitungen aufgeteilt. Wir hatten so fette Armee-Rucksäcke gehabt, halt noch von der Punkerzeit. Haben uns die auf den Rücken geschnallt, sind mit dem Fahrrad. Gepäckträger auch noch voll. Ja, Gepäckträger voll von dem Ort, wo ich jetzt wohne, bis in den anderen Vorort quasi von Grünstadt. Und dort haben wir dann die Zeitung ausgetragen in so einem... Wie nennt man das? Moment, wo bist du? Im Sausenheim, wie nennt man das? Eine Kalkerd, ja. So munde Häuser stehen. Also kein Wohnblocks, nur so einvermiert. Ja, so ein Wohnblockbereich. Oh, zum Teil haben wir das mit Inliner gemacht, gell? Ja. Später dann. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles gemacht haben. Wir sind eigentlich dann, glaube ich, danach... Ins Ballett. Ins Ballett, ja. Weil Jessie, das muss man auch dazu sagen, Jessie und ich waren 10 Jahre im Ballett. Spitzentanz, Modern-Dass-Jazz-Dance, auch wenn man es uns nicht anzieht. Also wir sind quasi... Die Jo ist irgendwann, glaube ich, nach einem Jahr schon raus aus dem Ballett und wir sind quasi, seit wir fünf waren, da drin geblieben. Und, ja, wir waren eigentlich immer im Ballett geblieben und dann wollten wir noch zusätzlich, haben wir dann erstmal noch Modern-Dance gemacht. Dann, glaube ich, wurde Modern-Dance abgeschafft oder sowas, gell? Dann haben wir Jazz-Dance gemacht, oder wie war das? Ja, Jazz-Dance haben wir gemacht, Spitzentanz haben wir nicht lang gemacht. Dann haben wir noch Spitzentanz, ich glaube... Ich glaube, ein Jahr oder zwei. Ich glaube, zwei. Zwei Jahre haben wir... Dann haben wir aber kein Ballett mehr gemacht. Wir haben dann nur noch Spitzentanz gemacht. Und du wolltest, glaube ich, noch Steppen machen. Ja, genau. Und ich wollte noch zum Steppen, ich hatte schon Steppschuhe. Genau, ja. Aber irgendwie hat der Kurs nicht stattgefunden, also irgendwas war... Ja. Genau, also insgesamt waren wir zehn Jahre in diesen ganzen Vereinen, bis wir dann angefangen haben zu schaffen eigentlich. Und da die Jessie Friseurin gelernt hat und ich Verkäuferin, Kaufraum, Einzelhandel und die Arbeitszeile dann einfach mit diesen Kursen kollidiert sind, konnten wir es eh nicht mehr machen. Und die Jessie war noch im Handball. Ja. War schon im Handball, ach Gott. War so 10, 15 Jahre, glaube ich. War länger. Nee. Hast du das nicht noch weitergemacht wie die Leer? Ja. Ja, weil die Jessie hat immer so legendäre Handballausflüge gehabt. Wie? Ah, ihr habt ja immer so Zelte gemacht, wo wir eigentlich Besoffer haben und so Sachen. Ach Gott, da war ich noch so... Naja, so richtig Besoffer haben wir uns nicht. Also war ich jetzt 16 oder 17? Ja, das waren so die Erste. Ja, also wir haben immer so Ausflüge, ja, so Rundeabschluss und sowas gemacht, ja. Vor allem die Jessie und ich, wir waren das erste Mal zusammen auf der Weinkerbe mit... 16. Das waren wir schon 16. Ja. 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 Stimmt. Das war unser erster Vollrausch mit 16. Ja. Weil, für alle, die nicht aus dem Dorf oder aus dem Weinbaugebiet kommen, also die Mannheimer haben uns gefühlt immer ausgelacht, was wir mit Wein wollen. Die trinken nur Jacky und Wodka und keine Ahnung, aber das Ding als heimtückischer an Wein ist, man merkt erst, dass es zu viel ist, wenn man zu viel getrunken hat. Also ich finde, bei Schnaps ist es so, man merkt schon, okay, ich habe jetzt zwei getrunken, wenn ich jetzt noch einer trinke, dann wird es zu viel. Aber beim Wein ist es so, man denkt, boah, es lauft, es lauft, man kann trinken und dann ist der Punkt überschritten, wo es zu viel ist, dann ist man schon am Kotzen. Yes. Und bei uns war es halt so, wir haben halt Weißherbst getrunken. Pasching. Ja, Pasching. Ja, klar. Nee, wir haben süße Weißherbst getrunken. Süße Weißherbstschorle, weil wir, nee, wir haben sogar angefangen, Ruhr. Also Erschmor haben wir uns unsere Süße, wir haben Erschmor und süße Weißherbst uns geholt. Man muss sich so vorstellen, bei uns gibt es Schorlegläser in der Palz und das sind 500 Milliliter, ja. Und wir, erstes Mal getrunken, Jessi und ich zu zweit auf dieser Kerbe, ne, als junger Mensch fühlt man sich voll hui und so, ne. Okay, wir dann halt Weißherbst. Der Erscher schmeckt natürlich nicht, mir süße Weißherbstschorle, weil es halt einfach dann besser schmeckt, der ist geloffen. Und dann irgendwie, glaube ich, haben wir gesagt, sollen wir jetzt mal ein Pure trinken? Ja, noch mal ein Pure getrunken. Okay, gut, dann haben wir Pure getrunken, der hat dann auch geschmeckt. Und dann ging es zum dritten Schorle, also zum dritten Schoppe über und dann ist die Jessi an die Theke und hat gesagt, ich hätte gern eine Pure Weißherbstschorle. Und dann die Frau hinterher, ich weiß auch noch genau, wer das war, wie gesagt, wir kommen aus dem Dorf, hat gesagt, ja, was willst du dann, eine Pure oder eine Schorle? Ei, eine Pure Weißherbstschorle. Ja, Pure oder Schorle? Und dann Jessi guckt die Frau an und ich so, Jessi, pur. Ja, auf jeden Fall, das ist so die Story, die immer erzählt wird. Und mein Vater hat uns auf dem Fest getroffen und hat eigentlich nur zu uns gesagt, nicht mehr wie rein geht. Dann geht, ja. Und abends standen wir dann, ich über der Toilette, die Jessi über dem Waschbäcke, haben uns die Seele aus dem Leib gereiert und dann hat die Jessi mich nur angeguckt und gesagt, nicht mehr wie rein geht. Und am nächsten Tag, zwölf Uhr, traditionell gibt es bei uns Kerweessen, nach wie vor. Und wir saßen halt wirklich total zerstört an diesem Tisch. Und es war Hunde-Elend. Ja. Und mein Vater kam und hat uns ein Glas Wein hingestellt. Ja. Was war mit dem? Der Konter, das war quasi der Konter-Wein. Also man soll mit dem weitermachen, wo man aufgehört hat, aber wir konnten, ach Gott, nur der Geruch da dran war, wir haben uns geschworen, wir trinken nie wieder. Also wir haben noch nie einen Konter schon oder irgendwas, noch nie. Und wir haben uns dann geschworen, wir trinken nie wieder. Ja, vergiss es. Aber es war natürlich nicht so. Das war so unser erster Vollrausch zusammen. Und ja, ich glaube, da war ich schon noch auf der Berufsschule. Und ich habe noch die zehnte gemacht, glaube ich. Also wie gesagt, ich bin dann aufs Wirtschaftsgymnasium und ich glaube, die Jo, genau. Und wir wollten dann das Zeitung austragen, nie mehr machen, weil es natürlich zeittechnisch schwierig war, weil die Jessie Frankenthal auf der Schule, ich auf dem Wirtschaftsgymnasium in Eisenberg und man hat natürlich auch Mittagsschule gehabt. Und deswegen waren wir beide auf der Suche nach was anderem. Und ich bin dann in so einen Trend- und Fashionstore hier gegangen und habe mich da als Aushilfe, habe halt gefragt, ob ich eine Aushilfe machen darf. Also die Jo hat mich mehr oder weniger überredet, ich soll da jetzt reingehen. Und die haben mich auch direkt genommen. Und die Jessie, du bist zum Friseur, ne? Ich habe die Lea angefangen, das ist jetzt sehr. Ne, du hast aber davor schon als Aushilfe dort geschafft. Ja, genau, stimmt. Aber die kam schon zu, durchs Praktikum, gell? Ja, genau. Ich hatte, wie wir die, also die Mittelreihe auf zwei Jahre gemacht haben, hatte ich dort das Praktikum gemacht. Und dann hat die damalige, dann mein Ausbilderchef mit dem Potenzial in mir gesehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dann und dann, dann und dann habe ich Schwere, dann und dann, dann komisch. Und dann konntest du ja gar nicht mehr anders da retten, als zu sagen, naja, gut, du bist dann aber mal letztlich die Auszubildende. Ja, und dann habe ich 2017 die Lea angefangen. Ja, und ich glaube aber, zu dem Friseurladestimmer tatsächlich ach gekommen über mich. Weil ich glaube, also nicht über mich, sondern über die, meine Cousine. Ja, weil die war dort Kundin und dann bist du auch als Kummer, ja. Genau, also die, also ich war nie beim Friseur vorher, meine Haare hat bei Mutti geschnitten. Und irgendwie war das so, ich hatte halt richtig lange Haare als Kind schon, bis an der Po. Und dann gab es aber so eine Phase in der 10. Klasse, glaube ich, so 9V, 10. Klasse. Und da war halt so dieses ganze Dancefloor und so in und dann irgendwie, keine Ahnung, habe ich mir die Haare tatsächlich abgeschnitten. Ja. Also irgendwie wurde es immer kürzer, dann zum Bob und dann irgendwann so hochgestellt und topiert, wie es halt eine 90er so in war. Und das habe ich, das hat natürlich bei Mutti nicht machen können und da bin ich halt dort zum Friseur gegangen und auch die ersten, ja, also die Färbereihe, Haarfarbe, habe ich auch dort gekriegt. Und das war im Prinzip, genau, ich bin mit meiner Cousine mit und so sind wir dort gelandet. So bin ich dort geblieben und so hast du dann, ja, kam schon auch eigentlich zu dem Lade, ne? Ja, aber ich kam auch schon vor dem Lade, wo ich ja mal die Haare ab, also wieder geschlossen habe. Und dann habe ich dann dort, ja. Ja, und dann habe ich eben in dem, habe ich dann entschieden in dem Jahr, wo ich dort Aushilfe war, dass ich doch lieber eine Lehre machen möchte, weil es doch irgendwie schöner wäre, wenn man mehr Geld hätte, ne? Also so das erste Mal, dann hat es ja erst mal angefangen, dass wir so richtig weggegangen sind und uns Klamotten kaufen wollten. Vorher waren wir immer nur im H&M. Das teuerste Kleidungsstück, was ich besessen hatte, war meine Dr. Klamotenschuhe, ne? Ja. Und dann fing das halt so an, dass halt noch mehr so klassifiziert wurde in der Zeit. Das war ja dann so 90er, 2000er, da war das ja dann wirklich so krass. Technoloid, Drum'n'Basser, Hip-Hopper, Haus, ne? Ja. Die Hausspate gab es und man hat es halt an den Klamotten direkt erkennen können, wer zu welcher Szene quasi gehört. Und dann habe ich das, ähm, erst mal das Thema Abi an Nagel gehangen, habe das erst viel später wieder aufgenommen, wo ich dann mein Abi gemacht habe und auch studieren bin, aber erst mal habe ich gesagt, ich mache da eine Lehre und habe halt da die Lehre angefangen und da bin ich dann quasi so in die Drum'n'Bass-Szene. Also das war so absolut meins, so das ganze Jungle, Drum'n'Bass, ähm, ja. Also ich glaube, ich war auf meiner ersten Drum'n'Bass-Party mit 16, das war eine Future in der Ludwig-Ebert-Halle in Ludwigshafen, wo wirklich Miggi Finn aufgelegt hat und Miggi Black Market und das war so mein Hype. Und die Jessie ist eher so in die Techno-Szene, die ist nämlich dann ins Palazzo nach Binge mit 16, oder? Ja. Mit 17, 18. Ich war echt noch immer frei, dass wir mit Nicole im Flauebaum. Ah ja, stimmt. Ladies' Night, also mit 17 und dann. Ladies' Night. Ah ja, also Frauen haben dann so freier Eintritt gehabt, ja. Und dann bin ich erst so mit 18, 19 bin ich erst dann, ja. Wenn ihr euch fragt, wie man das macht, früher hatte man. Schülerausweis. Ich sage nur so, man hatte früher Schülerausweise, die mit Tinte geschrieben waren. Mehr sage ich nicht dazu. Ähm, genau. Und dann waren wir in der Club-Szene unterwegs, ne? So, immer mit der Nicole noch. Ich? Mit der Anne-Nicole. Ja, stimmt. Und ich mit, ja. Ja, das stimmt. Die hatte ich auf Klassenfahrt kennengelernt, da war man nämlich mehrere zehnte Klasse zusammen auf Klassenfahrt und dann hat man halt auch andere Leute kennengelernt und genau, stimmt. Ja. Ich war dann mit denen unterwegs und du warst mit. Und, ja. Obwohl ich aber auch ab und zumo bei dir mit der anderen noch mit war als ab und zumo. Ja, also es war so, wir haben mit der Arbeit, sind wir auch viel rumgekommen und waren da wirklich viel Party machen, also auf der Time Warp und so. Ja. Also technomäßig, das war so Tessys-Dings. Meins, ja. Aber wir waren auch, ich erinnere mich noch an freitags die Boogie Bar in Mannheim. Ja. Das war so im Lagerhaus, ne? War das so eine Hausveranstaltung. Dann gab es aber auch damals im Broadway in Mannheim jeden Freitag, ersten Freitag im Monat, glaube ich, Blacklight. Ja. Jam FM, genau. Jam FM, ja. Jam FM. Jam FM, ja. Jam FM, ja. Jam FM, ja. Dann waren wir auch öfter mal in der Kufa in Saarbrücke auf Hip-Hop-Party, gell? Ja. Dann waren wir auch in Weinheim. Ja. Wie hieß das? In Weinheim. A6? Nee, A5, A6? Nee. Nee, in Weinheim. Wie hieß das in Weinheim? Village. Village, ja. Es gab ein Village, da waren wir aber später. Nee, es gab auch so ein, es gab in Weinheim doch auch so… Broadway. Nee, Broadway war in Mannheim. Nee, das Broadway, da gab es dann nicht immer etwas mit B. Nee. Es gab doch in Heidelberg, da gab es auch noch… Die Nachtschicht. Die Nachtschicht, genau. Und Heidelberg, da war acht Freitags, glaube ich, in der Kufa. Ja, dann in Speyer, die… Speyer? Halle 101, ja. Ja, da war ja Drum and Bass eher. Aber ich meine, das hieß Broadway, oder nicht? Das in Weinheim. Nee, das war irgendwas mit so A. So A65, was weiß ich. Broadway war in Mannheim. Ja, so gut. Auf mein Markt. Auf mein Markt. Auf jeden Fall war ich eigentlich Stammkunde im Connex, Connection, weil dort war meistens Samstag so Drum and Bass Parties, Jungle Parties, wobei dort war auch schon eh und je G-Werk. Ja. Also das war… Wann war das immer G-Werk? Boah, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war dort Legendär-Christmas-Gay-Werk, ne? Also da muss man sich vorstellen, da kamen wirklich die Schwule, ohne jetzt hier irgendwie, negativ was zu sagen, es war richtig cool. Ja. Da kamen die mit goldenen Engelsflügel und wie man die kennt, ne? Wie die auch so gut aussehen halt, ne? Styleig, ja. Gesteilt, gut geschminkt, ja. Also so ein bisschen fand ich, es war wie so, wie man sich Studio 54 vorstellt, ne? Ja, das stimmt. Und dann haben die da auf den Protesten getanzt und in den Käfigen, also war schon witzig. Also wir waren schon immer auch auf viele so Schwule-Partys unterwegs, muss man sagen. In der Partys, Freitag. Stimmt, die war auch noch. Ja. Also wir waren überall. Ja. Wir waren in Frankfurt im, wie hieß das so? U60. U60, ja. Also das war einer der schlimmsten Läden, der ich war. Das war selbst für mich, der eigentlich die so Musik auch gerne, also in der Szene unterwegs war in der Schranzer-Techno-Szene. Was war eigentlich dein Lieblings-DJ? Wie hieß er? Mensch, nicht. Woher? The Rush? Und Frank Lohbär. Ja? DJ Rush und Frank Lohbär. Hätte Chris Liebing. Und Chris Liebing, genau. The Rush, Chris Liebing und Frank Lohbär, ja. Genau. Und die Monika Grüße. Und die Gesern. Ja. Ja, die Tessie muss man sich auch vorstellen, die hat ganz kurze Haare gehabt. Ach, ganz bunt, gelb gefärbt, grün gefärbt. Ja, das war halt meine Ausbildungszeit, ja. Rot gefärbt. Und halt wirklich so oft in dieser Schranzer-Szene, ne? Konnte meine Mutter also nicht mehr schocken. Sie hat dann immer nur gewettet. Also sie hat dann sich immer nur gedacht, mit welcher Haarfarbe ich heute nach Hause gekommen. Warst du eigentlich auch im Law-Family-Park alles? Nee. Nee? Die einzige größte Veranstaltung war die Time Warp. Und bei diesem, ähm, beim Sven-Vetern in dem Club. Doch, da waren wir doch Ammo mit dem Show. Nee, ich war öfter im Kukun. Ich war Ammo im Kukun. Und Kinga Mea Mea in Frankfurt. War ich nicht, nee. Nee. Also ich war nur im Kinga Mea Mea Beach Club. Nee. Im Kukun war ich ja. Also für Dorian Gray und Omen war man noch zu jung. Also das war vor unserer Zeit tatsächlich in Frankfurt, die Läden. Aber, ähm, Palazzo. Bingen, das war ja der Inschub schlechthin zu der Zeit. Da war die Jessie-Stammkunde jeden im Zug sogar dorthin, gell? Ja, manchmal sind wir, wir waren ja schon älter, also, ja, über 20 und abwechselnd halt immer gefahren. Weil immer zwei, drei Autos. Am Anfang wurde ja noch nicht, äh, bei dem Zug fahrt. Seitdem Zug fahrt, ne? Aber dann, wo wir dann... Wie fahrt man, du? Hä? Wie fahrt man, du, Binge, mit dem Zug? Einen noch meins? Glaub ich, oder? Ist das lang? Nee. Glaub mit. Mänz. All sei. Binge. Ja, man muss auch sagen, was natürlich in der Pfalz so ist, da gibt's jedes Wochenende ein anderes Weinfest, fängt mit Kallstadt an, eigentlich so am 1. Mai-Wochenende, an deinem Geburtstag immer so. Ja, letztes April, Anfang Mai, ja. Ja, und das letzte Weinfest ist im Oktober Bockenheim. Und natürlich war man im Sommer auch fast auf jedem Weinfest hier im Umkreis unterwegs. Boah, das stimmt. Also wirklich, egal wo, war man auf dem Weinfest unterwegs. Das war so im Sommer die Aktivität und im Winter ist man dann halt so in die Club-Fest gegangen. Ja. Aber, ja, wir haben eigentlich alles mitgenommen. Also wirklich von 16 bis fast, also naja, bis 30 übertrieben. Also bei mir war es eigentlich bis zum Studium. Ich meine, klar, da waren wir noch Studentepartys und so. Aber, also so dieses Hardcore-Clubbing, glaube ich, hat mit so 25 aufgehört. Also von 10 Jahren waren wir wirklich außer Rand und Band. Von Donnerstag zum Teil bis Samstag war man nur im Club und dann sonntags noch Cocktails drin gewesen, der Kuckuck-Was. Und dann manchmal noch Kino, ja, Cocktails. Ja, so Zeug. Und dann, sag ich mal so, ab 26 wurde es etwas ruhiger, aber da waren wir trotzdem noch mindestens ein, zwei, nee, eigentlich schon noch. Weinfeste war man immer noch. Ja, wir waren jedes Wochenende trotzdem noch weg, halt nicht mehr von Donnerstag bis Sonntag. Aber bei einem Tag waren wir schon immer noch weg. Und dann wurde das halt so, ich glaube so mit Anfang 30 wurde es weniger. Ja. Aber sonst waren wir halt, wie gesagt, auf jedem Weinfest. Und was ich halt richtig cool fand, ich weiß gar nicht, ob es das heute auch noch gibt, früher gab es halt so Abi-Partys im Kreis. Und die waren richtig aber coole Abi-Partys mit DJs. Ja. Dann hatten wir hier so eine Pip-Party im Pool, hieß das so, eine Großveranstaltung auch, ne, wo halt verschiedene Floors schon waren und verschiedene DJs waren. Und auf deine Partys waren wir dann auch schon so mit 15, 16, kann man sagen, ne, so die erste Musik-Partys. Aber diese Abi-Partys waren richtig cool. Die waren richtig cool, ja, das stimmt. Und da waren wir echt weit, also bis Winnweiler, Kerzenheim, also überall war man da wirklich schon unterwegs. Und das waren, das waren eigentlich so die richtig coole Partys, an die ich mich erinnere, wo man so noch das Gefühl hatte, man wird erwachsen. Ja. Und so tolle Musik, man hat noch den ersten Vollrausch, so ein bisschen dieses benebelte Alkoholgefühl, man hat so Schmetterlinge im Bauch irgendwie, also das war so. Das war echt, an die Abi-Partys erinnere ich mich auch gern, ja. Das war eigentlich schon die Zeit. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, ging es halt so in die Szene. Also ich persönlich war, wie gesagt, immer im Konnex, aber auch so, ne, ach Gott, wie hießen die Partys, Meditation, Future, also es waren diverse Partys. Und damals hat man noch Tape-Decks bekommen. Also muss ich vorstellen, es war so ein großes, es hat aussehen wie eine riesen Videokassette und da waren verschiedene Tapes drin, also Kassetten von dieser Party mit diesem Ganzen, was die Leute aufgelegt haben. Und mein Lieblings-DJ war tatsächlich Niki Black Market, den habe ich geliebt. Und Shabadi als MC, ne, also im Drum-Bass gab es ja immer so einen MC. Das war eigentlich so mein Liebling, aber so meine Lieblings-Dieder waren eigentlich Ready or Not von der Fugees, wenn Niki Black Market das aufgelegt hat. Natürlich Original Nutter, ne, also so ein richtiger Klassiker. True Players, also es gab viele Klassiker. Aber ich habe eigentlich sehr gerne Happy Hardcore auch gehört, also gar nicht so dieses klassische Drum and Bass. Das Drum and Bass war mir eigentlich immer schon ein bisschen zu soft. Ich mochte wenn so das Jungle, wo so richtig der MC gerockt hat oder halt wirklich Happy Hardcore und Happy Hardcore war ja schon Hardcore, muss man sagen, ne. Also da war man eigentlich so, also in Drum-Bass-Szene war ich glaube schon so zwei Jahre, wo ich so Hardcore unterwegs war und du warst auch so zwei, zwei, drei Jahre, ne. Drei Jahre, ja. Waren oft im Loft, im Palazzo, ja. Stimmt, Loft gab es auch noch in Lou. Ja. Und danach sind wir eigentlich so ein bisschen in die Hip-Hop-Szene, kann man sagen, oder? Davor, oder? Schon davor. Ne, danach, stimmt, danach. Dann waren wir dann also im Krypton. Ja, genau. In Heidelberg-Sandhausen. Dann halt wirklich in Kaiserslautern. Wie hieß das? Ach ne, jetzt keine. Markthalle. Markthalle, genau. Also dann fing so die Zeit an. Hip-Hop-Szene an, ja, das stimmt. Und, ja, aber ich würde sagen, wir machen noch eine zweite Podcast-Folge, weil wir haben jetzt echt schon eine Stunde gequatscht. Ist wieder eine Stunde rum? Ah jo, wir können ja bei der Hip-Hop-Szene dann das nächste Mal weitermachen, aber das war jetzt erstmal so die Reise durch unsere Jugend, würde ich sagen, ne? Teenager-Alter. Teenager-Alter, genau, so das Erwachsenwerden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch interessiert. Oder wenn jemand auch noch so noch psychische Erinnerungen hat, dann sag gerne Bescheid. Und wir machen auf jeden Fall eine Fortführung davor. Part two. Part two. In diesem Sinne, good night, sleep tight. Servus.